Wir haben uns zunächst einmal vor mehr als 15 Jahren für die Hypo41 Bank als Partner entschieden, weil wir auch glauben, dass die Hypo41 Bank sehr, sehr gut zu uns passt. Das ist ein Unternehmen, das hier auch in München ansässig ist, eine internationale Strategie hat, wie wir auch. Und das Wichtigste, glaube ich, bei einem Finanzunternehmen, mit dem man zusammenarbeitet, ist, dass man Vertrauen hat zu diesem Partner. Und das spüren wir genau, dass wir ein sehr gutes Verhältnis haben und ein vertrauensvolles Verhältnis mit der Hypo41 Bank haben. Und hier bringen wir vor allem unsere Expertise im Zahlungsverkehr ein. Wir unterstützen mit unserer Abwicklungs- und Innovationskompetenz bei allen Themen rund um die Allianz Arena. Zudem spielt der Zahlungsverkehr auch eine enorme Rolle, wenn es zum Beispiel um Spielertransfer sowie die Mitglieds- und Sponsorenbeiträge geht. Da bringen wir dem FC Bayern die Transaktionssicherheit, die er braucht. Und ich denke, so begleitet man die Bayern professionell bei ihrer Internationalisierung in den letzten Jahren auch vor allem in den USA und China. Für uns spielt der Bankpartner eine ganz besondere Rolle, denn wir sind ja keine normale AG, wir sind im Sport. Und mit das Wichtigste sind bei uns auch zum Beispiel Transfers, wo immer extrem große Summen transferiert werden müssen. Und da ist es natürlich auch extrem wichtig, einen Partner an der Hand zu haben, bei dem man das Vertrauen hat, um diese Geldabschlüsse, die ja in unterschiedlichsten Ländern gehen, die ja internationaler Folgen auch entsprechend umsetzen kann. Dahinter stecken komplexe Anforderungen. Natürlich große Summen müssen schnell und sicher international bewegt und Zahlungsströme müssen strukturiert werden. Da sind Garantien zu geben. Manchmal wird auch eine Vorfinanzierung gewünscht. Zudem ist jeder Einzeltransfer ein sensibles und vertrauliches Thema. Da greifen wir als Unicredit auf unser globales Netzwerk zurück und bieten auch die ein oder andere sehr individuelle Lösungen an. Das ist hochspannend und fordert auch das, dass wir als Bank ganz tief in unserer DNA haben, Diskretion und Vertrauen und das in der ganzen Welt. Wir suchen nach neuen Ideen, Innovationen. Ein Beispiel ist sicherlich, dass wir die Digitalisierung der Allianz Arena zusammen mit Apple und dem FC Bayern sehr erfolgreich genutzt haben. Wir geben das Know-how, das wir hier gesammelt haben, an unsere großen Unternehmen, Handelsunternehmen, aber großen Mittelständler weiter, sodass ich denke, das ist genau das, was man sich von einer erfolgreichen Partnerschaft wünscht. Das, was wir mit der Hypo Vereinsbank machen, ist etwas, was man auch vergleichen kann mit der Bundesliga, mit dem nationalen Geschäft und der Champions League, dem internationalen Geschäft. Wir haben hier einen Bankpartner, der uns in beiden Bereichen bedienen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.